Da holt er erst mal sein dicke Schwert raus, Alter. Ich würde nur noch gerne hier ankommen. Hallo Leute und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Ender Games. Mit dem Tobi und dem mir. Die Folge wird direkt nach der anderen aufgenommen. Und wenn man sich meine Stats anguckt, dann seht ihr, dass sich nur noch Plätze 19.000 bieten. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht welcher Platz ich vorher war, aber ich meine, ich wäre irgendwas plötzlich... Ich weiß es nicht, 12.000 oder ist das... Also, ich weiß es nicht. Aura bin ich 12.000 oder hier bin ich 12.000, ich hab keine Ahnung. Naja, ähm... Habe ich irgendein Thema für diese Folge? Nein, nicht wirklich. Ich werde mir, ich werde mir mal Themen aussuchen. Könnt ihr dann auch gerne in die Kommentare schreiben. Also, wenn ihr zum Beispiel sagt, äh, Tobi rede über Torben, weil er dumm ist. Er ist ein Hexen. Alter. Weißt du, guck mal. In der normalen Welt sind die übelst selten und hier bei Ender Games... eh- Nö. Nö- Nö. Wir, wir sind nicht mehr selten. Ihr findet mich auch für die ganze Zeit. Ah... Wir spielen eigentlich auf der Karte Jungle. Which means, there are many jungles in the world. Was sehr erahnt, äh, sehr erahnt, very many. Äh, äh, Kiste. Äh, ist weg, ist weggeportet worden. Fuck. Oh, Leute, na. Äh, ich bin müde. Da muss ich gleich noch in die Schule, wegen Veranstaltungen und so, mit dem Torum. Mit ganz anderen vielen tollen Männchen. Äh, 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 äh. Ich wollte dich schon nicht genau von zwei haben. Was? Hallo? Oh, shit, alter, der ist auch Zielsucher. Das heißt, das wird... Okay, ich hab festet. Nice, alter, ich hab ihn richtig weggekommen, oder? Die bringt mir nichts, go, go! Ja, du bist ein wenig geleckt. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Sorry, musste mich kurz konzentrieren. Ähm, so, wir haben auf jeden Fall Rüstung und all den Stuff. Wir haben auch Essen. Und die sind pretty gut. Ähm, ich esse mich mal jetzt nicht komplett voll, weil wir kein anderes Essen haben. Weil ich deswegen echt gucken muss. Ähm, dass mir das nicht zum Problem wird. Weil ich ja sonst nicht regeneriere. Wie ein erfahrener Minecraft-Spieler weiß. Ach, Leute, müsst ihr euch denn immer gegenseitig hauen? Dadurch krieg ich doch nur meinen Bappen. Oh. Gegner, 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 Gegner. Oh. Da holt er erst mal sein dickes Schwert raus, alter. Hm, ich würde nur noch gerne hier... Danke. Äh, danke. Äh, danke. Der war aber auf jeden Fall auch Zielsucher. Krass, dass ich den eben schnell weggerotzt hab. Hätte ich ehrlich gesagt nicht so gedacht. Aber da ich ja PvP-Pro, over 9000 bin, hab ich den natürlich easy weggerackt. Was einmal nehm ich lieber mal mit... Jetzt nehm ich den ganzen Stuff wieder mit, alter. Leck mich im Arsch. Nö. Ich schwimm da nicht drüber. Geil, alter. Weißt du, du portest dich schon weg. Und dann bist du noch mehr weiter weg. Wahrscheinlich bin ich jetzt genau auf der anderen Seite. Der Möpp. Wahrscheinlich sind die so alle schön in der Mitte, prügeln sich. Und ich sitz hier... Jo, nö. Die Scheißblöcke, die bringen eh nichts, lol. Ah, da ist der Dschungel. Ich hab dich schon gesucht, Dschungel. Ah, nein. Alter, ich fail erstmal den geilsten Sprung ever. Mein Gott. Genau, in den letzten paar Parts da hab ich hier ein paar Zeitluppen reingeschmissen, weil ich die ganz cool fande. Wenn ihr sowas öfter sehen wollt, könnt ihr auch gerne. Also, falls ihr die Zeitlupp auch so cool fandet. Oh, shit, alter. Ja, komm her, jetzt renn nicht weg, alter. Was willst du? Du snackst dir erst die Sachen. Hure, alter. Weißt du, jetzt snackt sich die Sachen und rennt dann noch weg. Spasti. Spasti. Oh. Okay, das heißt, wir haben gleich einen Gegner mit Full Iron. Könnte ein Nachteil sein, muss es aber nicht. Der kann weg. Sieben Erfahrungsfläschchen. Grafen wir uns noch eine Stierhose. Dann sind wir auch über Full Iron hinaus. So, dann sieht cooler aus. Ich find, das sieht wirklich schon cooler aus. Oh, dann noch drei. Ich dachte noch zwei. Ey, watsch. Tobi, denk nach, bevor du sowas sagst. Ich hab irgendwie kleine Mini-Lags. Und wir haben noch immer schön frühmorgens. Was ich nicht so geil finde. Aber egal, für YouTube-Videos mach ich alles. Wie glaubt der sich immer noch? Aber egal, wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal 60 Flöcke dran. Oh nee, die prügeln sich. Oder haben sich geprügelt. Sorry, Alter. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich einen spannenden Kampf. Obwohl. YOLO! Aua. Kann nicht tun. Nicht, Aua. Aua. Ja. Ja, komm, geh dich löschen, Alter. Mann, was bist du für ein Move? Ich wollte einen Gegner. Auch wenn du heil bist, ist mir egal. Ich trau dich auch so weg. Ah! Ah! Boah. So, Alter, hier. GG. Ja komm, wieso verlasst ihr denn alle direkt? Okay, sorry, Leute. Ich bin halt mega sensibel und so. Bist du Bescheid. Platsch, Platsch, Platsch. Ähm. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lass doch bitte einen, äh, Halm und. Genau. Ähm. Bei dieser Folge, wenn ich es nicht verpenne, die zu früh render, nicht zu früh render, ähm, ist hier wieder das neue Intro oder noch immer das alte, je nachdem, was ihr in den Kommentaren gesagt habt. Ähm. Das heißt, wenn ihr nichts sagt, dann nehmen wir wieder das alte und dann könnt ihr euch nicht, auch nicht mehr in nächster Zeit über das Intro beschweren. So, ganz einfach. Ähm. Und ansonsten, wenn ihr sagt, ja, äh, das Template ist auch kacke, ähm, aber das ist ein ganzes Buchstrich neuer, wenn das halt so ankommt, dann, ähm, dann, ähm, ja, dann sagt das in den Kommentaren, dann gucken wir mal, was wir machen. Wir hatten eventuell, ich will jetzt nichts ankündigen, okay? Wir hatten eventuell vor, so einen, ähm, Intro-Contest-Gewinnspiel gemeinsam Scheiß, ne, wisst ihr Bescheid zu machen. Ähm, aber, ich sag jetzt auch nichts mehr dazu, weil, ähm, ich weiß ja nicht mehr, ob wir das machen. Und ja, deswegen, äh, sehen wir uns dann beim nächsten Mal, also im nächsten Video. Nicht vergessen zu liken, abonnieren, kommentieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hab ich schon gesagt, tschüss. Okay, ciao Leute.